Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Ein Schlüssel zum Empfangen ist wirklich deine Erwartungshaltung. Und ich sage dir, erwarte, dass du geheilt wirst. Und nicht, Herr, wenn du willst, dann mach's und ich würde mich freuen. Ich sage, habe jetzt in diesem Moment Erwartungshaltung. Ja Gott, ich trau's dir zu. Heilung aus dem Königreich Gottes. Heilung aus dem Königreich Gottes. Das ist das, was mich heute so beschäftigt. Und die Heilung ist wirklich etwas, wo aus dem Königreich herauskommt. Die Basis für christliche Heilung, lieber, die kommt von dem Kreuz. Und das ist das, was wir begreifen müssen. Es ist die Liebesabsicht des Vaters. Der Vater möchte dir begegnen, indem er dich berührt, indem er dich heilt. Es sind seine Liebesabsichten. Und er möchte dich nicht nur am Leib heilen, nicht nur dein Zahnfleisch, dein Fuß oder dein Kopf. Nein, er möchte dich ganz heilen. Im Englischen gibt es das Wort Hool, das Ganze. Also das Ganze möchte er tun. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen. Das Königreich präsentiert sich in einer dreifältigen, wie soll ich sagen, Heilung. Und das ist an Geist, an Körper und an der Seele. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur auf den Körper schauen. Wenn die Seele krank ist oder auch der Geist krank ist, dann ist oftmals auch der Körper krank. Das geht alles so ineinander rein. Es ist nicht dein Verdienst, Heilung. Oh Gott, ich habe es verdient. Ich bin der Beste bei dir. Nein, es ist auch nicht der Verdienst eines speziellen Heilungspredigers. Nein, lieben Heilung ist sozusagen, lass mich es mal so sagen, ein Kuss vom Königreich, vom Himmel. Es ist das, was Gott ist. Er ist dir dadurch nahe gekommen. Heilung ist nicht ein Teil von Gott. Es ist Gott persönlich. Es ist Gott persönlich. Die Kraft, wie bei Mose, er gesagt hat, ich bin, der ich bin. Er ist vieles. Aber er ist Heilung. Heilung und das ist ja heute auch das Thema. Ich bin, der dich heilt, sagt er. Können wir in der Bibel nachlesen. Und ihr Lieben, wir müssen begreifen, dass er der ich bin ist. Er ist der ich bin. Das Kreuz war bei den Römern die schwerste, die härteste, die grausamste Strafe für Menschen. Und dieses Kreuz hat Jesus genommen und hat es für uns nicht nur getragen, sondern er starb dort am Kreuz für uns. Ich sage dir, das Kreuz ist wirklich steht im Mittelpunkt oder als Basis für eine Heilung, für eine christliche Heilung. In Jesaja 53, Vers 3 bis 5 heißt es, er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheiten und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glauben, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hat. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich möchte die letzten zwei Sätze nochmal sagen. Erstens, wir haben nun Frieden mit Gott. Zweitens, durch seine Wunden sind wir geheilt. Den Frieden, das ist was, was wir heute ganz besonders brauchen in unseren Tagen. Aber durch seine Wunden sind wir geheilt. Es heißt hier nicht, werden wir geheilt, sondern sind. Die Tat am Kreuz ist für dich vollbracht. Es ist alles möglich. Alles möglich, Heilung wurde an dem gleichen Platz freigesetzt wie unsere Vergebung. Wir haben Vergebung unserer Sünden durch Jesus, weil er für uns ins Kreuz ging. Aber wir haben auch Heilung für unsere Krankheit, weil er für uns ans Kreuz ging. Das Gebet für Heilung ist nicht komplizierter wie das Gebet, Herr, vergib mir meine Schuld und Sünden. Es ist der gleiche Ursprungsort und es ist die gleiche Quelle, die wir haben oder auch die Basis. Das Gebet für Heilung ist so einfach eigentlich und du sagst, ja, aber ich habe schon gebetet und es passiert nichts und so weiter. Ja, ich sage dir, das Gebet ist wirklich einfach und es setzt was in Bewegung. Wir hätten natürlich gerne, Herr, mach und es geschieht. Herr, mach und es geschieht. Und Herr, mach und es geschieht. Tschüss, Herr. Wir sehen uns vielleicht mal ja wieder, wenn ich wieder Husten habe oder so. Nein, Lieben. Ja, ein Leben nach Gottes Willen führen. Das ist eine gute Voraussetzung, dass wir das bekommen, was Jesus am Kreuz für uns bereitgestellt hat. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit gibt er uns für unser Sündenproblem, dass wir zu ihm kommen können und sagen, Herr, vergib mir Schuld und Sünde und ich möchte zu dir gehören. Da braucht es keinen Vertrag mit AGBs und 25 Unterschriften. Nein, es ist einfach zu ihm kommen und sagen, Herr, ich möchte zu dir gehören. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Das geht ganz einfach und wichtig ist, dass wir es nicht nur sagen, sondern auch tun im Herzen tun. Friede, ja, für unsere Qualen, Probleme, die wir haben und auch die Freude und Heilung von Krankheiten sehen wir in der Bibel, hängt zusammen. Wir kennen alle das Vaterunser und da gibt es den Passus, erlöse uns von dem Bösen. Und es gibt verschiedene Übersetzungen, aber es ist das Böse, das wird auch übersetzt, erlöse uns von den Schmerzen, erlöse uns von der Armut. Und ich glaube, wenn du das so hörst, sagst du, oh ja, das trifft ja total, 100 Prozent in meine Situation. Ihr Lieben, Sünde, Krankheit, Armut, alles wurde besiegt am Kreuz durch das Blut Jesu Christi. Es wurde besiegt. Die Autorität dieser drei Bereiche wurde genommen. Die Autorität von Sünde wurde genommen. Die Autorität von Krankheit wurde genommen. Die Autorität von Armut wurde genommen, als Jesus von den Toten auferstanden ist, nachdem er am Kreuz gestorben war. Und das ist der Fluch, der eigentlich auf uns liegen sollte, den hat Jesus getragen und mit ans Kreuz genommen. Du bist durch Jesu qualifiziert für Rettung, für Segen, für Heilung und so weiter und so fort. Du bist qualifiziert. Das, was Jesus zusteht, wir sind sein Kind. Das, was Jesus zusteht, er hat alles für uns getan. Und wisst ihr, was ist, wenn wir heute dastehen und sprechen über Heilung und sagen, na ja, mal sehen, ob er was tut, mal sehen, ob er wirklich das kann und so weiter, wenn wir diese Debatte anfangen. Nein, wir glauben, dass er am Kreuz für uns alles bereitgelegt hat, dass die ganze Autorität von Krankheit, Armut, Sünde genommen ist, wenn wir sagen, ja, Herr, nimm es von uns. Wir sollen es nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat. Und du sagst, ja, aber ich habe noch nicht mein Auto, ich habe noch nicht die passende Frau, ich habe noch nicht die passende Wohnung, ich habe noch nicht den passenden Kontostand und so weiter. Ich sage dir, wir Christen im Westen sind immer bedacht, wenn es heißt, er hat uns Gutes getan, dass wir an den Wohlstand denken. Er hat dir Gutes getan für Leib, Geist und Seele. Benutze es, nehme es. Im Psalm 103, Vers 3 heißt es, ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Da haben manche Probleme mit, mit diesem Vers, auch noch mit anderen Versen, manche aber mit der ganzen Bibel Probleme. Aber ich sage dir, es steht in der Bibel, im Psalm 103, Vers 3. Er vergibt dir Schuld und Sünde, wenn du zu ihm kommst und das haben möchtest. Er heilt mich von allen Krankheiten. Und vertraue ihm, habe Hoffnung, habe Hoffnung wirklich auch auf Heilung. Heilung und das ist eine wunderbare Sache, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, diese Hoffnung auf Heilung. Heilung wird oft so schwierig empfunden. Heilung ist aber so einfach wie Vergebung. Und ich sage dir, bleibe dran. Es ist wichtig, die Hoffnung zu haben und in der Hoffnung zu leben. Und ich sage dir, so viele von uns, die sitzen vielleicht jetzt auch vor dem Bildschirm und warten und sagen, Gott, du weißt, dass ich Heilung brauche und so weiter. Ich sage dir, Heilung ist wirklich etwas, wo du empfangen kannst. Und sei in Erwartung und nicht einfach, wenn du willst, schütz über mich rein. Und wenn du nicht willst, dann, ich habe ja eh gemeint, ich kann immer geheilt werden. Wenn du Unglaube proklamierst, aussprichst, blockierst du auch deine Heilung. Wenn du sagst, Gott, also ich wusste, dass du mich nicht heilst. Ja, dann sagt er, okay, wenn du das weißt, dann ist es halt so. Also, ich sage dir, sprich nicht Dinge in Existenz. Aber dazu habe ich mal ein ganzes Thema Ding. Heilung wird so oft als schwierig empfunden. Und ich sage dir, mach mal den Knoten auf. Mach mal den Knoten auf. Und es gibt ja Heilung nicht nur von Krankheiten, sondern auch von Süchten, von Bedrückungen. Ja, von allem Möglichen. Und diese Heilungen, das Stück für Stück, lass es zu. Heilung ist bei ihm für dich. Leg mal das ganze Aber beiseite. Das ganze Aber. Und der hat das nicht erlebt. Und der glaubt das und jenes. Und was ist wenn? Und was ist dann? Und wieso ist dann das so? Und so weiter. Ich sage dir, komm mal in den Frieden Gottes hinein. Komm mal in die Ruhe Gottes hinein. Und sag einfach, oh Herr, hier bin ich. Berühre mich. Heile mich. In Matthäus 4, Vers 17 heißt es, von da an begann Jesus zu predigen. Kehrt um zu Gott. Denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Und das möchte ich dir auch sagen. Kehrt um zu Gott. Du sagst, ja, ich bin schon lange bei Gott. Meine Mutter, meine Oma war schon bei Gott. Nein, ich sage dir, kehrt um zu Gott. Wie es hier heißt. Denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Verändere dein Denken. Verändere dein Denken. Es ist nicht so, denke auch christlich und mach alles wie bisher, sondern kehre um. Ein neues Denken. Ein Denken aus der Sicht der besiegten Krankheit. Dass du ein Umdenken hast, dass du jetzt schon sagst, ja, ich glaube, dass ich geheilt werde. Dass die Heilung sich an mir manifestiert. Das ist wichtig aus dem Königreich Gottes heraus. Dass du das glaubst und dass sie sich in dir manifestiert. Und das ist eine wichtige Sache, dass wir das wirklich glauben. Ein umgekehrtes Denken. Und die Krankheit ist besiegt. Wenn du das alles auftrödelst, ja, aber, ja, aber, ja, aber, redest du dir selber Unglauben ein. Der Teufel kommt zu stehlen und zu töten und auch zu zerstören. Und in der Apostelgeschichte 10 Vers 38 heißt es, er hat überall Gutes getan. Also nicht der Teufel, sondern der Herr. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Da ist die große Frage. Wer glaubt heute, er hat alle geheilt? Er hat damals nicht den ganzen Erdkreis alle Menschen geheilt, sondern immer die, die um ihn rum waren, die es haben wollten. Und da ist die große Frage immer, ja, alle geheilt. Ich kann da nicht dran glauben und so weiter. Ich sage dir, glaube doch ganz einfach, dass er dich heilen möchte. Und Jesus will. Er will dich heilen. Ein Schlüssel zum Empfangen ist wirklich deine Erwartungshaltung. Und ich sage dir, erwarte, dass du geheilt wirst. Und nicht, Herr, wenn du willst, dann mach es. Und ich würde mich freuen. Ich sage, habe jetzt in diesem Moment Erwartungshaltung. Ja, Gott, ich traue es dir zu. Ja, Gott, ich danke dir, dass du Jesus ans Kreuz gesandt hast, dass Heilung für mich möglich ist. Herr Jesus, danke. Danke, dass ich es erfahren darf. Und danke, komm du in mich hinein und berühre mich. Berühre mich. Habe eine Erwartungshaltung und sei nicht Zuschauer. Wisst ihr, Christen sind gern Zuschauer. Die sitzen gern in einer Kirche oder in einem Auditorium und schauen, was da vorne geleistet wird. Und wie gut ist der Worship? Wie gut ist die Predigt? Und ja, wie und was? Und hat so viel Zeit, alles anzuschauen. Aber ich sage dir, kümmere dich mal um dich. Habe eine Erwartungshaltung, dass Gott dich berührt. Sonst ist es noch eine Predigt und noch ein Input und noch ein Input und noch ein Input. Und da kannst du dir am Tag so viele reinziehen. Wenn du nichts umsetzt, wenn du dich nicht irgendwo berühren lässt von Jesus, wird für dich alles langweilig. Mein Gott ist nie langweilig. Da geschieht so viel, aber gib dich hin. Gib dich hin. Nicht religiös, sondern einfach so als Freund. Und er möchte dich berühren. Er möchte dich heilen. Und das ist wunderbar. Der Feind streut aber immer gern Zweifel. Und ich bin überzeugt, dass der eine oder andere, der jetzt zuschaut, auch so Zweifel hat. Naja, ich habe schon anders gehört. Ich habe schon gehört, Heilungen haben mit den Aposteln aufgehört oder hat schon mit Jesus aufgehört und habe schon das und jenes gehört. Ich sage dir, nimm das Wort Gottes. Ich sage dir, Heilung, Heilung ist möglich. Er ist der Gott, der da heilt. Gott zeigt seine Herrlichkeit in der Kraft von Wunder. Auch Mose. Mose hatte ja so viele Wunder erlebt. Und die Bibel allein ist ein Buch mit vielen Buchstaben, meistens schwarz gedruckt, die dir gar nichts nützen, wenn sie sich nicht manifestieren, wenn sie nicht lebendig werden. Und das ist das, wozu uns der Heilige Geist gegeben wurde, dass uns, wenn wir das Wort Gottes lesen, die Bibel lebendig wird. Dass wir das, was wir lesen, auf einmal mit unserem Denken und mit unserem Nachsinnen inspiriert werden, dass wir es in der Verbindung mit unserem Leben bringen und dann daraus Lösungen sehen. Und nicht den Satz lesen, wie der Satz ist, sondern der Geist Gottes offenbart uns auch dann das Drumherum, was genau in unsere Situation passt. Und das sind dann sichtbare Wunder, die dann geschehen. Aber wenn ich nicht geheilt werde, da ist immer so die Frage und das ist immer so die Kritiker. Ja, ihr macht immer Hoffnung und wenn die Leute dann nicht geheilt werden, was dann? Ich sage dir, ich würde die Sache umdrehen. Wenn ich nicht geheilt werde, ja, wenn du den Führerschein machst und beginnst ihn, aber wenn ich ihn nicht bestehe oder wenn ich, wenn ich wirklich, wenn ich einen Unfall baue und wenn ich und wenn ich und wenn ich und wenn ich. Das kannst du überall aufsetzen und ich sage dir, lass deine Hoffnung, lass deine Hoffnung auf Heilung nie sterben, nie sterben. Ich habe schon Menschen erlebt, die kurz vor dem Tod total gesund waren, wurden und habe schon Menschen erlebt, die bis zum letzten Moment geglaubt haben, dass sie noch gesund werden und das müssen wir Gott überlassen, das müssen wir Gott überlassen, aber ich sage dir, wir dürfen glauben bis zur letzten Sekunde unseres Lebens, dass Heilung für uns möglich ist. Und ich glaube, es ist besser, mit einer Hoffnung auf Heilung zu sterben, als mit einer Depression, wo ich mit Gott zornig bin oder enttäuscht bin, dass mir es so schlecht geht. Ich glaube, die Wahl haben wir, aber ich glaube, die Hoffnung sollten wir nie, nie sinken lassen. Wir kennen in der Bibel den Bartimaeus, der blind war und der geruft hat, oh Gott, oh Gott, Jesus, erbarm dich meiner und er war so laut und die Menschen haben gesagt, jetzt halt doch mal die Klappe und sei ruhig, du störst hier. Aber er hatte Hoffnung, er hatte Hoffnung, ein Blinder wiedersehend zu werden. Und da habe ich auch schon Erlebnisse gehabt, also wenn ein Blinder sehend wird, ja, wenn man das sieht, das kann nicht aus Zufall passieren oder, nein, da ist wirklich Gott im Spiel. Jesus sagte, was kann ich für dich tun? Du sagst, den Satz hätte ich gerne mal von Jesus gehört, der vor mir steht. Das kannst du haben, geh in seine Gegenwart und das kannst du dort, wo du jetzt bist, bist vielleicht irgendwo im Garten oder zu Hause oder unterwegs oder wo auch immer. Ich sage dir, das kannst du haben. Jesus, er möchte dir begegnen. Er hat gesagt, ich möchte sehen, du hast vielleicht eine andere Sache und Jesus hat ihn berührt. Gott, ich sage dir, sei ermutigt zu glauben und zu empfangen. Sei wirklich ermutigt. Wir haben im Internet tausende von Zeugnissen, wo Menschen Wunder erlebt haben. Nicht nur Heilungen, alles mögliche Wunder, wo Menschen einen Job bekommen haben und so weiter. Ich sage dir, schau mal einfach auf unserer Webseite vorbei und du kannst da Zeugnisse, Erlebniszeugnisse lesen und du kannst dann sagen, wow, wenn der es erlebt hat, dann ist auch für mich möglich. Das sind alles keine super Leute, wo du sagst, boah, der, der ist so und so. Nein, jeder kann es erleben. Ich sage dir, glaube und erwarte und erlebe. Glaub es, habe Hoffnung. Lass deine Hoffnung in Glauben umgesetzt werden und sagen, ich glaube, dass ich berühre, dass ich geheilt werde. Erwarte es und wisst ihr, wenn ich gerne was von Gott erwarte, was ich dann mache, ich denke schon darüber nach, wenn es geschehen ist, was ich damit mache, wie ich das mache. Ich habe sehr schlecht gesehen, hatte in meiner Kindheit 20% Sehkraft und als ich dann älter wurde, wurde das auch zum Problem und dann auch die Problematik, kann man keinen Führerschein machen mit 20%, also da braucht man schon gar nicht antreten. Und dann gab es viele Schritte und auch Ärzte haben da mit hineingegriffen. Ich hatte eine Augen-OP noch, aber man hat mir gesagt, das wird nichts ändern, nur die Brille wird wegbleiben. Aber ich habe geglaubt und habe schon, habe schon zuvor mir vorgestellt, welches Auto ich mir kaufe, wo ich noch schlecht gesehen habe. Welches Auto kaufe ich mir und was werde ich und ich habe mir die Farbe rausgesucht. Ich habe den Konfigurator aufgerufen, es war ein Golf, habe mir den aufgerufen und habe mir zusammengestellt und das wird mein Auto sein, wenn ich den Führerschein haben werde. Noch mit schlechten Augen. Und Gott hat die Ärzte gebraucht und als die OP rum war, habe ich so gut gesehen, dass ich heute uneingeschränkten Führerschein habe. Und das ist so wunderbar. Und ich sage dir, lass dich von Gott überraschen. Glaube, erwarte, erlebe. Und das ist das Wichtige. Und ich sage dir, die Antwort, ja, für die du betest, klopft an deine Tür. Und so wie es bei Petrus war und sie haben es nicht geglaubt. Und als Petrus im Gefängnis war, haben seine Freunde gebetet, gebetet und gebetet. Und Herr, du kannst ihn rausholen, du kannst dieses Wunder tun, du kannst, du kannst das tun. Und sie haben gebetet und sehr innig. Und dann hat Petrus an die Tür geklopft und sie haben nicht geglaubt, dass es ist. Und so sind wir auch manchmal mit Heilung unterwegs. Gott klopft an deine Tür und sagt, ich möchte dich heilen. Die Heilung ist für dich unterwegs. Und ich sage dir, erlebe sie. Erlebe göttliche Heilung und Heilung, Heilung aus dem Königreich Gottes. Lass diese Liebe an dir wirken. Lass diese Liebe an dir wirken. Gott ist gut. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017